Hallo zusammen, hier sind die Casual Theory Crafters, ich bin Basti und ich zeige euch heute mal Tequatel, den Sonnenlosen. Der Sonnenlose ist in den Funkenschwärmersumpf zu Hause, das ist ein Level 55 bis Level 65 Gebiet. In dem Gebiet selbst gehen wir ein bisschen weiter nach links unten, also in den Südwesten zur Wegmarke Splitterküste. Denn da ist er zu Hause, da schwimmt er die Respawn-Zeit, die er braucht rum. Die Respawn-Zeit bei ihm beträgt 3 Stunden, kein Pre-Event erforderlich. Kein Pre-Event bedeutet natürlich dann auch, dass noch mehr Leute als beim Zertrümmerer rumlaufen. Also ich habe bisher tagsüber zwischen 50 und 60 so als Minimum gehabt, dass an Leuten da rumstand, das bedeutet ein riesen Server-Lag. Server-Lag, kein Loot, ja, das ist das ewige Leid, was wir auch schon vom Zertrümmerer kennen. Hier ist es sogar noch schlimmer. Jetzt erstmal zu Tequatels Fähigkeiten. Er hat einen Drachenatem und vor dem Drachenatem sogar noch einen Furchteffekt, den er auf euch macht. Das bedeutet, ihr lauft alle weg und wenn ihr dann in den Atem geradet, seid ihr meistens tot. Was das Ganze noch mehr erschwert, ist seine Knochenmauer, die er schafft um euch rum. Die sollte auf jeden Fall kaputt gemacht werden, sonst lauft ihr in diese Mauer rein, in diese Wand rein und werdet dann vom Atem erfasst, was auch nicht gerade schön ist. Tequatel hat auch noch Eds, die er spawnt. Das sind zwei große Eds, die er um sich rum spawnt. Die sind aber meistens sehr, sehr schnell tot, weil einfach sehr viele Spieler da sind. Und er spawnt noch viele kleine untote Eds in der Nähe von euren Türmen und Kanonen. Die müssen beschützt werden, ansonsten fallen diese ziemlich schnell um und dadurch kann dann natürlich kein Schaden mehr gemacht werden. Außerdem kann er Tequatels Finger zaubern oder beschwören oder wie auch immer er das macht. Das sind kleine Klauen, also kleine Finger, die aus dem Boden kommen und euch durch die Gegend werfen. Sie werfen euch meistens in seine Richtung, was bedeutet, dass sie versuchen, euch in seinen Atem reinzuwerfen. Ja, als letzte Fähigkeit kann Tequatel noch hochfliegen, kommt dann nach unten, stampft und das ist genau wie beim Zertrümmerer. Selbst wenn ihr dann da drunter steht, seid ihr in der Regel tot. Die Türme, wie gesagt, müssen bewacht werden und das ist jetzt auch mein Trick. Tut das auch, denn zum einen habt ihr weniger Menschen, die die Türme bewachen. Das bedeutet, der Leck ist ein klein bisschen kleiner als vorne bei Tequatel selbst. Zum anderen, wenn ihr die Ads tötet, bekommt ihr in der Regel immer eine Goldmedaille, weil ihr auf jeden Fall euch im Kampf beteiligt habt. Ihr habt euer Team dadurch geschützt, dass die Türme standen und als nächsten Punkt könnt ihr dann noch die Knochenmauern zerstören. Das ist nur ein kleiner Gang immer dahin, um die Mauern selbst kaputt zu machen. Was euer Team natürlich noch mehr rettet, denn wenn keiner in die Mauern läuft, stirbt auch keiner durch den Knochenatem. Ja, so weit, so gut. Das war eigentlich alles, was zu Tequatel wissenswert ist. Wir sehen uns im nächsten Video, beim nächsten Boss. Bis dahin, folgt uns hier auf YouTube, folgt uns bei Twitter und wir sehen uns vielleicht auch noch im Facebook. Bis dann, ciao! Bis dann, ciao!